Okay, also folgendes, es gibt kein Muten, wir reden einfach und wir dürfen callen, wo die Imposter sind und alles. Aber die Imposter können auch Fake callen, also sie können auch einfach irgendwas erzählen. Wir machen zwei Imposter, reporten und Emergency Meetings sind verboten, es gibt keinen Break. Wir spielen eine Runde. Player Speed auf 3, Crewmates Vision auf 1, Imposter Vision auf 0,35, Kill Cooldown aufs niedrigste. Ich glaube 15 Sekunden oder 10 ist das glaube ich. Ich hätte jetzt Bock auf Imposter sein. Ich hätte du Bock auf Imposter gerade. Ja toll, ich habe jetzt keinen Bock. Rennt! Leute! Ich bin gar nicht da! Nein, da ist jemand! Ich laufe! Jungs, ich habe bei Schlüssel rechts das dritte. Nice faster. Okay, er ist ein Imposter. Winnie, 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 was? Wer Winnie, was? Wo ist Winnie, wo ist Winnie, wo ist Winnie? So was von dem Imposter, wo ist der? Call, Call, Winnie durchgehend als Ghost. Nein! Der hellblaue, wer ist der hellblaue? Ich weiß es nicht. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Nicht da, der hellblaue, weg von dem. Das ist Winnie, ich hau ab, ich hau ab! Wo ist Winnie? Okay, Winnie, der hellblaue. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich bin. Ahhhh! Stich hat der Junge! Ahhhh! Was passiert hier? Wenis bei Electrical. Wenis bei Electrical. Oh, hier ist noch eine Leiche. Geh da weg, Weißer! Oh, Jeff, ich sehe es. Ja, ich renne weg. Ohhhh! Er ist in der Mitte bei den Office, das Winnie. Ahhhh! Wenis bei Electrical wieder. Wenis bei Electrical. Es waren zu viele Tasks, oder? Es waren zu viele Tasks, oder? Es waren viel zu viele Tasks, natürlich. Wollen wir einmal neu starten? Einmal mit einem Impostor-Trun? Einmal noch? Ja. Das war lustig. Wenis! Ahhhh! Jetzt sind wir krennt. Wenis, sowas. Hey Junge, ich habe bei dem Lava-Brunnen. Weißer ist es. Weißer ist es. Alter, wir haben die scheiß Mission geschafft, Alter. Leute, ich habe einen Scanner geschafft, ohne gekillt zu werden. Ich habe keinen Scanner hier. Ja, es ist Braut. Ja, Pfizer, es ist Pfizer. Pfizer! Aber man darf nicht reporten. Man darf nicht reporten. Electrical. Electrical? Und jetzt geht er zu Laboratory. Oh! Oh, da war Pfizer. Ich habe Angst. Ahhhh! Nein, 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 nein! Ich bin noch nicht mehr weg! Ja, ich probiere doch einfach! Ich bin noch nicht mehr weg! Ich bin noch nicht mehr weg! Hu hui, ich bin stuck, ich bin stuck, ich bin stuck! Oh! Oh, das war jetzt da! Ja, das war jetzt da! Weg hier, weg hier! Warte, 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 warte! Ich komme zu dir weg, ich komme zu dir weg! Oh nein! Weißer, sabotier doch die Türen, dann ist es einfacher für dich! Oh, true! Oh nein! Das sind sie jetzt blöd! DJ, komm raus da! Ja, ich probiere doch, Mann! Ah, nein! Ah, er ist hier! Da muss ich aber hin! Hilfe! Das heißt, ich habe meine Tasche fertig, macht eure Tasche fertig! Ich probiere ihn zu greifen! Ich bin noch nicht, ich bin noch nicht! Ahhhh! Ich habe auch alle fertig! Kann ich auch lights sabotieren? Ey, das ist für minus 38 kmh, Bruder! 38 Grad! Nein, da ist das Kassel! Er slapt, er slapt, er slapt! Und schön, wie er überall die Leichen wohnt! Ahhhh! Yeah! Digger, diese Tasche! Wo man diese scheiße Meteoriten abschießen muss! Ich dachte, dann gehe ich doch safe draus! Das dauert so lange, Mann! Okay, wollt ihr noch eine? Ja, können wir machen! Äh, wie killst man? Welche Taste war das? Q, mit Q! Ach, mit Q! Ja, run, boys, run! Oh, fuck! Halleluja! Es ist Veni! Nein, what the fuck! Nein, es war... Wer, wer ist schwarz? Wer ist schwarz? Come on, bruh! Come on, bruh! Ja, okay! Da war es nicht Veni, sorry! Okay, die schwarze... Oh Gott! Ja, er ist es! Warum ist das... Nimm dir eine Leiche! Er ist in Spezimen! Ja, das ist meine Leiche! Okay, wenn ein Spezimen... Irgendwie die Tür geht ab und ich krieg Messer in den Kopf! Ja, Bruder, ich kann... Der war vor 10 Sekunden in Spezimen, das heißt er ist jetzt überall! Als Imposter siehst du wirklich nichts? Nein, der hat mich gefunden auf dem Strander! Es... Nein, 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 nein! Oh nein... Mein Leib, ist mir einfach vorbei? Ich renne! Der Request fertig! Fuck, ich hab' verloren! Fuck, 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 fuck! Das ist schon schwer, die Crewmates zu finden, als Imposter eigentlich. Bruder, diese Karte durchziehen ist das Schlimmste der Welt. Oh, komm, jetzt komm, jetzt komm, jetzt komm! Ich bin ein Schneemann. Oh mein Gott. Pass auf, Relaxo, nehm dir aber gerade Valam. Oh Gott, sag das doch nicht, Digga. Versteck dich, versteck dich. Oh mein Gott, sie durch! Bleib fest! Ne, 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 alles gut, das sind... Mach doch Request fertig! Ey Valam, ich geb dir nen Tipp, ne? Ja, Mann! Oh mein Gott, Alter! Also mit einem Imposter brauchen wir vielleicht noch mehr Tasks. Aber es ist echt schön lustig, oder? Oh cool, Mann, scheiße. Schon wieder! Nein! Ah, muss los! Ne, ich will hier rein. Ne, ich darf doch nicht rein. Ich will hier rein. Warte, schnell gucken, welche Tasks ich habe. Das, 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 das... Ich will hier rein, nein, 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 nein. Leute, ich muss hier rein! Oh Gott, der hat... Es ist Xeno, es ist Xeno, es ist Xeno! Ne, bunter, bunter, bunter. Bunter, 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 bunter. Ja, als ob ich dieses Ding suche... Oh Gott. Die Türen sind ja auch noch zu. Welche Farbe hat der Imposter? Launcher, launcher, launcher. Just, ich hab euch. Beeil dich! Ja, ohne Schluss. Relaxe auch noch! Hey! Haut ab! Nein! Die Geister scannen sich gegen Sidey und die konnten nicht scannen! Nein! Wichser! Wer ist bei O2? Hä? Aber jetzt kann der doch einfach... Fuck, wir müssen das ja clearen. Shit! Oh Gott. Ah! Okay, sehr gut. Ja, mach den Kill-Cooldown runter. Soll ich 12,5 machen? Nein, 10. Mach 10, mach 10, mach 2 ab 10. Am Anfang rennen, Jungs. Am Anfang rennen. Einfach rennen. Weg hier! Nieder Crewmate! Ich bin doch immer Crewmate, Alter! Als ob ich ihn versuche. Halleluja! Ich muss los hier, Bruder! Ich muss hier rein, ich will hier rein, ich will hier rein. Das ist gar keine Chance, ich habe! Redi ist bestimmt! Nein, ich bin wirklich nicht. Manchmal auch stehen zu bleiben, wo man stehen bleiben muss, ist zu schwer manchmal. Zum Glück läuft er jetzt nicht im Scanner, weil ich gerade am Scannen bin. Hoffentlich ist das keine Trap, dass er jetzt nicht da hinläuft. Alter, ich hab da minus 40 bei dem Grad-Ding, Alter! Viel Spaß! Jungs, ihr seid alle in Laboratorios, eine Person? Ich bin zu feistern. Ich bin wieder Lärm. Moin, TJ. Moin! Hey, du kannst rennen, TJ, du kannst rennen. Nein! Wer ist das Feister? Wer ist das Feister? Ich hab, ich... Alle Leichen sind noch um rechts, ne? Ja, aber wirklich alle! Wer ist das überhaupt? Wer ist das überhaupt? Feister? Feister! Ah! Jetzt weißt du's! Ah! Jetzt hab ich... Du gehst! Ich hab alle Leichen im Laboratorios! Oh! Ich krieg die Karte nicht umgedreht! Das ist doch keine Short-Task! Welche? Scanner. Ne, das ist die, wo du quasi die Dinger verbinden musst durch das Labyrinth. Jeff! Das ist ne... Das ist ne... Die Meteorien sind kein Short-Task! Ich hatte dreimal in Row Meteorien einfach gerade! Los! Schnell! Nein! Nee, oder? Komm! Relax du! Du schaffst es! Leute! Los! Lepp! 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 Warte mal! Warte mal! Oh! Seid, Alter! Ich hatte noch Tasts! Alter! Nice! Junge! Es lagen halt 5 Leichen im Laboratorios! Ich hab... Ich hab... Ich hab so... Eine Person in O2... Alle anderen in Lab... Und ich denk mir so... Okay, passt! Tschüss! Das hat Spaß gemacht! Ja! Schöne Runden! Alles klar! Hat super Spaß gemacht! Hat auch gemacht! Schönen Abend! Schönes Wochenende!